hallo mein lieben und willkommen zurück ja es wird mal wieder zeit für ein aufgebracht video hat jetzt relativ lange gedauert und es ist reichlich gefüllt von jedem was dabei und da fangen wir jetzt einfach mal an und zwar habe ich ein hausformaler bekommen von jengi und das ist mein lieblingsduft der alfresco afternoon das ist so ein tanniker duft mit so einer schönen orangen note mit bei und gibt es noch gut zu kaufen der ist relativ intensiv und das war jetzt mein letztes glas gewesen das ist schönen grüner duft mit einer ordentlichen portion orangen note und den kann ich total empfehlen und der ist leer geworden dann ist ein textiler frischer leer geworden von sensi das ist das no kisses cranberry und ich fand ihn jetzt nicht so aufregend das war jetzt auch mein erster textil spray und ich weiß nicht kommt damit nicht so zurecht irgendwie irgendwie zieht das auch nicht so wirklich ein die klamotten irgendwie das ist dann sowieso komischer klebriger film finde ich ich bin mal gespannt ich habe noch einen anderen den einen sommerduft mal gucken wie der ist aber weiß ich nicht den habe ich glaube ich mal in der schatztruhe gekauft war jetzt nicht so mein knaller ich bin nicht so klar gekommen damit könnt ihr mir gerne kommentare schreiben ob ihr schon den textilerfrischer groß beseitigter textilerfrischer bei denen schon mal probiert habt egal jetzt von welcher duft kategorie also weiß ich nicht hätte ich mir mehr darunter vorgestellt dann habe ich zwei tester leer bekommen von manufaktur blaukatz einmal den mango milkshake den hatte ich im schlaf im bad angehabt und einmal der der cotton candy kitten das war so schön süßer duft gewesen und der mango duft der war auch schön authentisch mango mäßig wirklich wie so mango eis eigentlich eher so mango sorbet dann von römer kreation den lime colada den hatte ich auch im bad angehabt das war so schön im mittel limetten duft ja geht wirklich in seine pina colada richtung er hat für mich auch irgendwie sowas alkoholisches auch mit also ist wirklich wie authentisch pina colada dann habe ich ein send pack klar bekommen das habe ich jetzt bestimmt schon vier monate mit sicherheit schon drin vier fünf monate den hatte ich im kleiderschrank hängen das ist der duft set in sheets das normale liebungs dürfte ist ein parfümiger duft das ist glaube ich vanille mit sandelholz man riecht nicht mehr gar viel noch ein bisschen was schon ein parfümiger duft vanille gott duft ja viel riecht noch nicht mehr aber der war schön gewesen hat auch extrem lange gehalten wie gesagt ich habe den jetzt glaube ich vier monate trainer gehabt und war geil dann habe ich noch ein send zirkel leer gekriegt von luna die halten ja ungefähr im monat ungefähr so pima da habe ich jetzt eine mein spinnt hängen und eine habe ich jetzt in mein kleiderschrank hängen als ersatz zu diesen hier der hält natürlich länger die sandpacks die erhalten ungefähr angeblich monat aber muss mal gucken bin ich mal gespannt wie lange die halten das auch so ein parfümiger duft ist ein klassiker duft hier habe ich noch mal luna das ist der der bei mir noch ein spinnt hängt zurzeit dann habe ich ein sind kaum wachs kaum leer bekommen von village candle das ist der togetherness das war auch so ein parfümiger duft den hatte ich im schlafzimmer angehabt der da gut hingepasst auch ein bisschen cremig und dann noch mal ein von village der frosted lavender den hatte ich gestern in der lampe auch im schlafzimmer schöner authentischer lavendel duft bisschen sogar ist bisschen kühl richtig total geil dann ein paar sensibare meckes flash den hatte ich im bad angehabt das ist ja einer der neueren sommerdüfter da habe ich ja auch noch meine handcreme davon der geht aber glaube ich jetzt raus ab august und das ist schon mal belohnen duft wässrig süß sterb da ist auch gurke mit drin sehr geiler duft kann ich sehr empfehlen dann einmal kiwifruit und der war geil gewesen also hatte ich nicht so geil in erinnerung gehabt den hatte ich im wohnzimmer angehabt aber immer nur normalen duftlampe als immer natürlich klang da ist der wirklich richtig gut gekommen hat drei tage komplett durchgeballert schöner kiwi duft hat man selten solche düfte dann noch mal ein wachsquam von großquake das ist der suit in thai das ist männer duft gewesen den hatte ich auch im schlafzimmer angehabt ja so ein schöner parfüm duft aftershave duft wie auch immer dann habe ich leer bekommen der just just bright den hatte ich im taschpaket gehabt da waren nur noch zwei würfelchen drin das ist aus dem frischer pfefferminz duft auch sehr geil hatte ich auch ein paar angehabt ich könnte selber noch nicht dann von ebm creation egyptischen mask den hatte ich auch im schlafzimmer angehabt ich bin jetzt nicht so klar gekommen mit der marke irgendwie das war mit so schwach dem relativ hartes wachs weiß ich nicht komme ich nicht so zurecht damit richte wie der von yengi 1 zu 1 dann ein sommer duft von sensi der pigeon bei mtrees den habe ich jetzt leer bekommen den hatte ich im schlafzimmer im flur im wohnzimmer und im bad angehabt komplett der grenzen würfel der ganze bar das ist ein schöner vorsicht duft süß cremig ein bisschen leicht grün schöner duft ich glaube der geht aber auch aus einer der auf alle fälle das war der andere gewesen der love happiness von bring back my bar ich glaube den hatte ich auch mal im taschpaket gehabt den kannte ich nämlich auch noch nicht den habe ich gar nicht mehr wahrgenommen ich glaube der ist schon zu alt das war auch und definierbar der duft also bis ich nicht konnte ich nicht zuordnen so richtig dann ein herbst duft den schlau bekommen habe das ist der fairytale pumpkin den gab es ja letztes jahr das ist der mit lakritzer und kürbis es war monats duft gewesen der kommt glaube ich aber wieder ab august ja der ist geil den hatte ich auch schon schlafzimmer an hier noch kürbis duft cremig und dann kommt die lakritz note durch gerade so im herbst halloween mega dann einer der oster dürfte das ist der plaubeer wurst und der riecht eigentlich eins zu eins so ein bisschen wie der blaubeer cheesecake ja bloß hier kommt mir die blaubeere durch bei den anderen komet cheese cake durch ja war okay gewesen aber muss ich es nicht noch mal haben dann einmal der schocker den als am taschpaket gab das auch ein klassiker ist ein frischer duft ja bisschen parfümig bis in aquatisch frisch frisch dann hatte ich auch im schlafzimmer angehabt dann habe ich auch das sand pack angehabt und zwar von susi und strolz der faithful and friends da habe ich ja noch zwei drei bars davon der ist auch komplett aufgebraucht riecht man fast nichts mehr ist ein fruchtiger duft mit ich glaube mit noch für ein noter ob riecht man nicht mehr viel dann ein country candle von quatsch ein daylight von country candle so spiegel aloe ist also ein klassischer badezimmer duft der war richtig intensiv ja wirklich viel aloe wäre wie so eine body lotion bisschen aquatisch aber ganz leicht nur war mega fand ich geil dann habe ich von der männer kollektion männer tags kollektion habe ich einmal den business casual leer bekommen hat mir nicht gefallen war mir auch zu schwach ist auch so leicht rauchiger parfümiger duft hat mir null gefallen war mir viel zu schwach habe ich den my dear watson der gehört auch in der männer tags kollektion auch kaum wahrgenommen keine ahnung hat mir überhaupt nicht gefallen würde ich nicht wieder nachkaufen dann hatte ich den ich glaube ich hatte noch ein dann habe ich schon gut weg den hatte ich aber glaube ich auch im tauschpaket gehabt das ist der black amber and citrus den hatte ich jetzt schon öfters angehabt der passt absolut ins schlafzimmer das war ein männer duft ja ein bisschen raurig zitrisch auch mega dann habe ich von der vitamin reihe den vitamin s leer bekommen das war ein aquatischer duft auch sehr geil die reihe kann ich auch sehr empfehlen gibt es aber nicht mehr glaube ich das frische aquatischer floral duft bisschen frisch mega sehr gut im bad gepasst dann habe ich von dem mandalorian art of adventure den wollte ich mal testen weil der alle total gehypt wird aber ich muss sagen ich finde jetzt nicht so toll ich hatte im schlafzimmer angehabt und im bad der hat was sehr grün ist aber es wässrig ist mit bei aber der war mir viel zu schwach gewesen also ich fand finde den anderen schöner den dark side dann hatte ich bei o mai ich glaube das war auch an der männer dürfte wenn ich mich jetzt nicht täuscht war das einer ich weiß es gar nicht mehr oder war das im taschpaket gewesen nee das war glaube ich ein herbst duft gewesen letztes jahr glaube ich jedenfalls riecht das sehr gewurzlastig und fruchtig spritzig auch sehr schön auch sehr intensiv dann ein den ich auch im taschpaket hatte das ist der litchi sorbet und der original litchi für mich auch ein bisschen zu schwach gewesen also ich habe nicht viel wahrgenommen von dem duft obwohl ich immer zwei ich mache immer zwei blöcke rein bei mir dann für kann wie kennt den blubber cream bob da geht auch in so eine ähnliche richtung wie der blubber cheesecake das geht eher in seiner schilder richtung seiner eisrichtung auch sehr schön durch gewesen auch sehr intensiv dann habe ich noch ein monats duft den wollten unbedingt mal testen das ist der halte kalilie und der war echt klasse die kann ich sehr empfehlen ich glaube den gibt es auch noch wenn ich mich nicht durch das was ein schöner florale duft aber jetzt nicht so extrem behemmen da war auch glaube ich irgendwas fruchtiges mit drin orange oder irgend sowas auch sehr geiler duft dann habe ich einmal wäscherwürf slap bekommen das ist der magnolio leinen und ich muss ehrlich sagen also als wasserwürst gefallen die mir überhaupt nicht der duft ist mir viel zu schwach also ich musste vier oder fünf solche kennen reinschmeißen dass ich überhaupt was wahrgenommen vom duft her weiß ich nicht also bis jetzt muss ich sagen wenn der wasserwürst ist für mich bis jetzt eigentlich nur der kloßlein am besten weil er auch am stärksten riecht das riecht halt schön nach frisch gewaschener knoll hier ich finde dass du den duft wachs auf alle fälle tausend mal besser als wie die wascherwürst und das waschmittel wird auf alle fälle nicht wieder gekauft und dann zu guter letzt habe ich noch ein körperpeeling leer bekommen das war in der schatztruhe ich glaube das gibt es auch noch in der schatztruhe das ist schüttel oder tschewel pomponate ist so ein granat apfel duft und der war mega ich glaube den ich habe sogar glaube ich noch eins von dem duft noch ein säcke wird sich so wirklich wie so ein das kind eher so wie ein granat apfel punch sein es hat auch irgendwas weihnachtliches mit drin empfinde ich diesen herbst duft aber für mich geht auch mehr in weihnachten war sehr geil gewesen kann ich sehr empfehlen das wachs davon hatte ich glaube ich auch schon mal weiß ich jetzt aber gar nicht mehr so genau davon habe ich definitiv schon die handcreme gehabt die ist auch mega kann ich auch sehr empfehlen und ich habe glaube ich noch das durchsport davon das habe ich glaube ich noch das war mein paket gewesen mein aufgebrauchten paket quatsch aber im paket ist jetzt leer und noch es war doch relativ viel gewesen trotz dass ich jetzt zwei wochen krank war und kam was wahrgenommen habe duftmäßig so langsam regeneriert sich das jetzt bei mir wieder zum glück ich hoffe dass es bald wieder normal funktioniert bei mir und schreibt mir doch gerne in die kommentare was ihr alles so leer bekommen habt was ihr leer bekommen wollt und würde sagen bis zum nächsten mal bye bye